Bist du komisch? Finden wir es heraus. Hörst du dir deine eigenen Sprachnachrichten an? Also das ist ja wirklich ein einfacher Skandal. Hab ich noch nie gemacht. Gehst du ohne dein Handy auf Klo? Mein Handy ist mein treuer Begleiter, das muss immer überall hin. Magst du kein Schokoeis? Okay, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber Schokoeis ist das Basic, das muss man mögen. Putzt du Zähne ohne Wasser auf die Zahnbürste zu tun? Also wenn man kein Wasser da hat, dann okay, aber... Einfach so? Nee, das ist ein Skandal. Bringst du Wasser aus der Tasse? Also wenn kein Glas gerade da ist, dann vielleicht, aber so? Nee. Sagst du deinem Friseur, dass die Haare schlecht aussehen? Ich würde es gerne, aber ich kann es nicht.